Nach über einem Jahr Verzögerung schlug Secrets of the Lost Station von Everything Epic Games der Nachfolger im Geiste zum Secrets of the Lost Tomb endgültig bei mir auf. Und ich hatte das Glück, dass ich mit Flo zusammen das ganze Wochenende Zeit hatte, das Spiel immer mal wieder zu spielen. Basis dieses Videos sind fünf Missionen und ungefähr, ist vielleicht jetzt falsch geschätzt, ich hätte jetzt mal so gesagt, so um die zehn Stunden müssten es eigentlich gewesen sein, weil wir eine Mission auch wiederholen mussten aufgrund eines Fehlschlags. Und der Titel des Videos verrät es schon, dass es eine Leidensgeschichte ist und dass die, so greife ich schon mal vorweg, nicht zwingend gut ausgegangen sein muss. Und wir stoßen auf verschiedene Probleme, die wir mit dem Spielsystem an der Stelle haben. Die Gliederung des Videos sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich werde euch gleich einmal die wesentlichen Bausteine der Spielmechanik vorstellen, damit ihr dann das im Rezensionsteil nachvollziehen könnt. Und es ist dann weitergegliedert, dass Flo und ich diesmal zu zweit versuchen, euch zu sagen, für wen ist das Spiel eigentlich was, dann die Kritikpunkte zu diskutieren und dann ganz zum Schluss auszuholen, wie wir diese Kritikpunkte bewerten und was am Ende des Tages es dann für Secrets of the Lost Station eigentlich bedeutet, ob wir das empfehlen können, eingeschränkt oder auch gar nicht. Weil der Wunsch aber da war, für mich ist es von der Rezension erstmal unwichtig, zeige ich euch aber einmal ganz kurz, was in dem Station Cube drin ist, weil das die Figuren sind und manche von euch Interessierte ist, wie gut die Figuren in dem Spiel eigentlich sind, wenn man die denn mitgeplätscht hatte. Denn es gibt ja auch eine reine Standy-Version. Aber das zeige ich euch kurz vorher, bevor wir dann in den Hauptteil des Videos starten. In der Pappschachtel sind Schaumstoffeinlagen drin und die sind demzufolge auch etagenweise einsortiert. Die kriegt man also auch ganz gut raus. Und man sieht aber auch, dass es, also es gibt Figuren, die sind leider nicht intakt. Und der Detailgrad der Figuren, ich weiß nicht, ob die Kamera das schafft, ist insgesamt tatsächlich, man sieht auch hier manche Klippen dann nicht richtig drin. Das ist jetzt aber auch nicht weiter schlimm. Der Detailgrad der Figuren ist insgesamt wirklich zufriedenstellend. Und vor allen Dingen, wenn man es mit den Sachen vergleicht, die man von Everything Epic vorher gesehen hat. Stichwort die Lost Tomb-Figuren, die bitte niemand kaufen sollte da draußen. Und dann sieht man, hat man insgesamt vier Etagen hier drin. Und der Qualitätsgrad, wahrscheinlich kriegt das die Kamera jetzt nicht hundertprozentig hin. Ich halte jetzt trotzdem nochmal so beispielhaft ein paar Figuren einfach rein. Das hier zum Beispiel, das ist schon wirklich in Ordnung. Das ist jetzt auch nicht, wo du sagst, wow, ich mache mich nackig. Das sind ja die besten Figuren aller Zeiten. Aber Detailgrad ist wirklich in Ordnung. Also das kann man dem Spiel jetzt wirklich nicht vorwerfen. Vielleicht auch nochmal so eine Figur. Und dann zeige ich euch nochmal eine der Großen. Ja, wie gesagt, die Konturen kommen jetzt vielleicht durch das Video auch nicht so ganz durch. Aber wie gesagt, die sind insgesamt in Ordnung. Manche sind leider vom Design so filigran, dass sie kaputt gehen beim Rausziehen. Da muss man wirklich aufpassen, wo man anfasst. Und das kann also tatsächlich für den einen oder anderen dann doch mal zu Bruchstücken kommen. Aber ich gehe mal fest davon aus, dass wir da Entschädigungen kriegen. Und dann nehmen wir nur nochmal die ganz großen Dinger hier raus. Da kann man über das Design ja prinzipiell auch nochmal was zu sagen. Also über Posen kann man sowieso geteilter Meinung sein. Aber wenn es um den Detailgrad selber geht, ist das zwischenzeitlich auf jeden Fall gar nicht so verkehrt. Und mal gucken, ob wir den heile rauskriegen. Ja, deswegen ist das verhakt sich. Ich mache das gleich ordentlich. Das ist jetzt neben der Kamera hier ein bisschen schwierig. Und man sieht auch, die Größen sind dann tatsächlich sehr beachtlich. Also wenn man das jetzt mal mit meiner Handgröße vergleicht. Ja, mancher hat das interessiert. Wie gesagt, für mich ist es erstmal völlig egal. Aber wer jetzt Angst hat, um Gottes Willen, ich hole mir die Figuren lieber nicht. Weil die ja wahrscheinlich von Everything Epic sowieso absolute Grütze sind. Da kann ich Entwarnungen geben. Die sind auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber nochmal, Plastik ist mir persönlich völlig egal, wenn es um Spielspaß geht. Ich kann auch mit Standys leben. Ich kann auch mit Karten leben. Es juckt mich alles nicht. Und jetzt gehen wir in den Hauptteil rein zu Secrets of the Lost Station. Hallo und herzlich willkommen bei der Nische. Der Seite über die wichtigsten Belanglosigkeiten der Welt. Brett- und PC-Spiele, Musik sowie Filme stehen im Fokus dieses Podcasts, auf den die Welt sicher nicht gewagt hat. Und jetzt geht es auch schon los. Mit dem Becky, Kev und Flo. Ich mache wieder nur holzschnittartig das, was für das Spiel erstmal wissenswert ist und welche Bausteine es gibt, damit man das nachher nachvollziehen kann, worauf wir Bezug nehmen. Das Allerwichtigste in diesem Spiel ist natürlich der Szenario-Guide. Der Szenario-Guide ist Medera-Größe und hier drin sind 92 Missionen insgesamt. Und man sieht auch, dass es verschiedene Kampagnen gibt, Core-Campaign und so weiter, die man nacheinander spielen soll. Und als Makro-Ebene sozusagen hat das Spiel Sachen, die du von Anfang an hast. Und jedes Mal, so sieht man das hoffentlich, Locked-Content, den man freischaltet. Locked-Content auf mehreren Ebenen, nämlich dass die Station bestimmte Fähigkeiten kriegt. Also das sind teilweise Fähigkeiten, die man in bestimmten Räumen nutzen kann. Ich zeige euch da gleich mal ein Beispiel zu. Und dass es dann natürlich auch Skills gibt. Auch die sind gelockt. Dass es Items gibt. Die sind gelockt. Und je nach Kampagne gibt es halt unterschiedlich viele. Man muss auf Boardgang Geek vorher bitte gucken, dass ihr die richtigen Listen benutzt, falls bei euch mal so ein Trainer runtergefallen ist. Weil dann sucht ihr euch nämlich wie blöde die Karten wieder zusammen. Bei uns zum Glück nicht passiert. Aber wenn einer beim Sleeven dann doch mal irgendwie einen Kartenstapel umwirft, dann wird das relativ hässlich. Aber es gibt mittlerweile genug Listen dafür, um das zu machen. Also das heißt, man spielt die Szenarien durch. In den Szenarien wird dir gesagt, wer was bekommt. Was die Station bekommt. Und dass man bestimmte Sachen dann auswählen kann. Und ich mache das jetzt nur beispielhaft am Tutorial selber. Damit man einmal weiß, wovon da die Rede ist. Also, so sieht die erste Seite vom Tutorial aus. Training Grounds. Oben links Expedition Party sieht man, welche Spieler dürfen mitspielen. Welche Charaktere. Dass es keine Starting Items gibt. Dass es dieses Stimpack gibt, was oben drauf gelegt wird. Dass es noch keine Station Systems gibt. Und auch welche Monster mitspielen. Dann, welche Tiles also schon aufgebaut sind. Welche beiseite gelegt werden. Oder ob sie irgendwie eingemischt werden sollen. In den Stapel von durchaus vorhandenen zufälligen Tiles, die da liegen. Und dann natürlich auch Herzstück jeder Mission. Wie das Scripting der Mission ist. Dazu mischt man Tokens und legt sie auf den Station Track, auf den wir uns später beziehen werden. Und es gibt Random Events. Ja, das heißt, es wird ein Stapel von zufälligen Events vorbereitet. Und auf diese, wo er das Stationssymbol einfach nur sieht, drauf gelegt. Und es gibt feste Trigger. Die zum Beispiel der hier ein Szenarien Trigger ist. Oder ein Combat Trigger. Das heißt, da, wo sich dann die Monster immer bewegen. Und da gibt es eben verschiedene. Es gibt Blanks, klar. Es gibt Explorer Events. Das heißt, das sind die, die dann im Laufe einer Mission Hintergrundgeschichten zu deinem Charakter freischalten, die du vorliest. Um also ein bisschen was aus Erinnerungsfetzen sich zusammenzupuzzeln. Was hat das mit dem Charakter eigentlich zu tun? Szenarien Trigger sind die, die früher bei Lost Tomb durch die Erkundung aktiviert worden sind. Die sind jetzt vorgesehen. Und das heißt, nach jedem Spieler dreht man so ein Token um. Das heißt, wenn Spieler 1 dran war, dreht man das Token um. Hier weiß man das, dass das Blank ist. Das sollte man im Tutorial vorbereiten. Später wird das zufällig bestimmt. Dann gibt es ein Station Event und Szenarien Trigger nach Spieler 3 und so weiter. Die Unterschiede der Events sind, so viel spoiler ich dann vielleicht doch, Szenarien Trigger, habe ich gerade erwähnt, sind das, was früher auch bei Lost Tomb die Exploration war. Also Szenarien Trigger 1, 2 oder 3. Die waren natürlich damals zufälliger, weil du ja nicht immer mit abzählbarer Zeit bestimmte Sachen triggern konntest. Die Station Events sind eigentlich die Encounter-Karten, also die Adventure- und Misadventure-Karten sind jetzt nicht mehr da. Diesen Zufallsstapel gibt es nicht mehr, sondern das ist jetzt alles geskriptet. Und die Explorer Events sind eben genau die, wie gerade beschrieben, die kommen dann aus dem Buch. Du versuchst die Sieg- und Niederlagekonditionen entweder zu vermeiden oder zu schaffen. Schaltest dann nach der Mission vorgeschrieben Sachen frei. Hast damit Auswahl auf neue Station Events und auf neue Fähigkeiten deines Helden. Du kannst immer drei Stufe-1-Slots, hast du hier unten drin, immer reinlegen. Und du musst in einer Mission über die Ressource Power die Sachen ubleveln. Ich verzichte jetzt auf Audacity und Courage und so, weil wir das gleich im Nachklapp-E nochmal machen. Und solche Station Abilities könnten dann zum Beispiel sowas sein. Fokus schafft er gerade nicht, da ist es. Darwin, Spend in Action, Master Sanctum. Master Sanctum ist ein Dungeon-Teil, was man haben muss. Und dann Reveal the next three tiles and place them in any order. Das kann man zweimal benutzen, hier sieht man das. Und solche Sachen sind halt die, auf die du Zugriff in den Missionen dann jeweils hast. Mehr zeige ich euch gar nicht, weil der Rest von der Kampagne freigeschaltet wird. Und nur damit ihr noch so einen Start-Skill gesehen habt, womit so ein Held am Anfang startet, wäre Jack Holden. Der hat einen Unfocused-Wert. Das sage ich nur. Das ist die Courage-Leiste, die ist anders als früher. Eigentlich geht es nur darum, bist du Focused, das heißt mit 6 oder mehr Mood, oder bist du Unfocused. Wenn Jack Holden mit Toughen Up Unfocused ist, dann benutzt er einfach nur seine Bass-Stärke für irgendwelche Proben. Sollte der aber Focused sein, kriegt er einen Würfel dazu. Man kann das upleveln und dann sieht man auch, dass da ein paar spezielle Fähigkeiten dazukommen, also die Werte verbessern sich, oder dass der halt Mut generiert, wenn der jeglichen Check irgendwie schafft. Und damit hast du durchaus das Gefühl der Progression und dadurch entwickelt sich der Held auch. Aber das Szenarienbuch sagt dir, wie sich der Pool der zur Verfügung stehenden Skills eigentlich entwickelt, auch welche die Station Abilities, maximal 6, kann man überhaupt gleichzeitig in der Mission haben, zur Verfügung stehen. Und dann versuchst du, das Szenario zu schaffen. Und dann gibt es eben Trigger, die auch ausgelöst werden. Dann legt man hier nämlich Karten rein für das jeweilige Szenario. Das zeigt euch jetzt alles nicht, weil das ja auch Teil des Reizes ist, das zu erkunden. Und dann steht da halt drauf, wenn du zum Beispiel einen bestimmten Raum entdeckst, dass du nicht vergessen darfst, das nachzulesen. Und damit ist natürlich auch klar, du guckst immer wieder in das Buch rein, lest die Sachen vor und schaltest am Ende jeder Mission Sachen frei. Und hast demzufolge ein Explorations-Kampagnen-Spiel mit Blocked-Content, das stark gescriptet ist durch den Station Tracker. Und das dadurch natürlich auch eine hohe Modularität in den Missionen verspricht, weil du natürlich letztendlich das Handbuch entscheidest, wenn hier ein Szenario-Trigger ist, kommt es natürlich darauf an, was ist der Szenario-Trigger für Szenario 31. Und das sind natürlich ganz andere Sachen in Abhängigkeit von Missionen. Das heißt, dieses dicke Szenarienbuch hier verspricht in der Theorie eine hohe Varianz an Story, Missionen, Zielen und so weiter. Und das müsste im Großen und Ganzen eigentlich schon reichen, um zu verstehen, wie gleich unsere Rezeption ist. Und insofern starten wir mal in den Analyse-Teilen mit Pro und Contra und ganz zum Schluss das, was das Spiel gut, schlecht macht und wie es für uns am Ende abgeschnitten hat. Viel Spaß und willkommen, Flo ist mit an Bord. Eine Sache habe ich vergessen, auf dem Station Track sind ja die teilweise Random-Event-Tokens drauf. Und die mischt man ja. Das heißt, so ein Explorer-Event kann man an einer anderen Stelle legen. Aber in dem Szenarienbuch musst du das der Reihenfolge nach abhandeln. Genauso wie die Station-Events. Das heißt, wenn du das erste Explorer-Event-Token umdrehst, dann liest du Event 1. Das heißt, die Reihenfolge ist immer gleich. Der Zeitpunkt deiner Mission ist durchaus mal anders. Aber du siehst immer die gleichen Events trotzdem in derselben Reihenfolge, sodass da die Varianz nicht so gegeben ist, worauf wir gleich eingehen werden. Aber das wollte ich nur noch mal nachreichen. Und jetzt geht es aber wirklich los. Ja, diesmal sind wir zu zweit, nämlich Flo. Hi. Und ich, meine kleine Wenigkeit. Und wir wollten uns einmal, wie üblicherweise so typisch, zu Beginn mal ein bisschen Gedanken darüber machen, für wen das was ist und für wen es nicht ist, bevor wir dann in die Analyse reingehen. Und ich glaube, wir fangen mal mit dem Positiven mal an. Was würdest du sagen, sind Sachen, die das Zielpublikum für Lost Station sind? Wir machen das so mal ein bisschen in Blitzlicht-Manier. Ein Punkt du, ein Punkt ich, bis wir nicht mehr weiterkommen. Und dann springen wir mal in die Negativ-Kategorie. Okay, das ist schön, weil ich komme schon wieder weiter. Also es kommt auf die Spiele-Hintergrund ein bisschen an. Ich sage jetzt mal stringente Story. Verdammt, du hast mir einen weggenommen. Yes. Ich komme jetzt schon ins Schwitzen, ne? Ich bin schon fertig. Ich würde sagen, das Spiel ist was für dich, wenn du auf eine lineare Exploration stehst. Also ein Spiel, was Sachen freischaltet. Nicht nur die Narration selbst, sondern Sachen, die freigeschaltet werden. Okay, das ist jetzt schon sehr okay, okay, okay. Es ist sowas wie, wenn du auf kein anspruchsvolles Kamp-System stets dich jetzt nicht, oder? Du kannst nicht in die Negation reinbuttern, nein. Okay. Ähm, das Spiel ist, glaube ich, auch was für Leute. Ne, ich komme ins Negativ rein. Sorry, ich bin draußen. Und genau das ist nämlich der Punkt. Wir kommen, das merkt man jetzt im Intro schon, wir kommen schnell an einen Punkt, wo man sagt, ich weiß gar nicht, was wir da noch an diesen Seiten haben. Ähm, Umfang. Definitiv. Wenn du ein umfangreiches Spielerlebnis willst, das sind 92 Quests, das ist immer eine Ansage. Und wenn du wirklich, das ist aber eher additiv zum Umfang, halt, es schätzt, wenn ein Spiel sich sehr langsam entwickelt. Und das mache ich jetzt tatsächlich wirklich nicht negativ gemeint, sondern wenn man halt jetzt wirklich nicht alles an einem Abend erlebt, seine Charakterentwicklung, sondern wenn er wirklich sagt, okay, ich brauche jetzt für das nächste Jahr ein Spiel, das ich spielen will. Und ich will über das ganze Jahr konsequent noch eine Entwicklung haben. Sowohl auf Story, als auch auf mechanischer Perspektive. Jetzt ist die Frage, haben wir noch was vergessen? Für Leute, die viel Platz im Schrank haben? Ja, das ist ja absurd. Ähm, Würfelprobenfreunde würde ich nämlich jetzt nicht sagen. Nein, nein. Wo wir gleich noch zukommen. Und das ist ein bisschen das Problem, wir sind jetzt bei zweieinhalb Minuten. Das ist so typische Intro-Länge. Und wir kommen schon, also wir kramen schon wirklich intensiv für, wenn es was ist. Ich versuche mal, das ist eine gute Überleitung. Und das Spiel ist was für dich, wenn du insofern leidensfähig bist, dass du immer Sequenzen, die dir keinen Spaß machen, gut ertragen kannst, bis du vielleicht mal wieder Punkte hast, die dir Spaß machen und vor allen Dingen es auch aushalten kannst, dass du nicht weißt, wann dieser Punkt kommt. Er wird immer mal wiederkommen. Hoffentlich. Wenn du so ein Typ musst du sein. Ja, du musst so ein bisschen draufstehen, dass du halt nicht genau weißt, ob dir jetzt in den nächsten zehn Partien noch Spaß machen werden. Das ist aber ein Negativpunkt, sorry. Das kann man nicht positiv. Alle Ehre, du hast es probiert, aber nee, das ist nicht positiv. Gut, das wären unsere positiven Dinge. Und jetzt steigen wir mal ein bisschen anders ein. Kommen wir also nach dieser Durststrecke zu den eher Problemen des Spiels. Und das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen länger dauern. Deswegen ist es auch kein Intro-Part mehr. Was sind die Probleme des Spiels? Oder anders formuliert, für wen ist das Spiel nichts? Wir wechseln uns wieder ab. Aha, okay. Es ist jetzt keine Hierarchie in meinen Entscheidungen. Was sollen wir vom Wichtigsten zum Unwichtigsten gehen? Also das, was dir kognitiv als erstes einfällt, ist unter Umständen eh das Wichtigste. Deswegen fangen wir an, was dir ein Eisblitz liegt. Das Spiel bewegt dich zu 100, lässt dich nicht nach links und rechts gehen. Es tut dich entschieden auf eine Schiene setzen und die musst du entlang gehen. Sei es in der Charakterentwicklung, sei es während der Mission, sei es bei Sachen, die du freischaltest. Das schreibt dir vor, welche Charaktere du zu nehmen hast, welche Skills du da machst. Du hast da null Entscheidung. Und das kannst du dann eigentlich super gleich ansetzen. Ja, es gibt jetzt viele Punkte, die dazu passen. Wenn wir bei dem Schienendesign sind, dann ist ein weiterer Punkt die Entmündigung des Spielers. Das passt nämlich schon dazu, dass die viele Entscheidungen das Spiel einfach wegnimmt. Und in den schlimmsten der Szenarien, und das sind von denen, die wir gespielt haben, vor allen Dingen das Szenario 1, gut, das Tutorial zählt jetzt nicht. Obwohl das nochmal ein separater Punkt wäre für eines der schlechtesten Tutorials für eine Gruppe aller Zeiten. Aber speziell Mission 2 und 3, wo das Ding so stark gescriptet und getriggert ist, dass du so weit entmündigt bist, es ist egal, was du machst, du kannst auch einfach nur irgendwo stehen bleiben, das Szenario beendet sich sowieso. Und du, da sind wir schon fast mit dem nächsten Punkt, machst dann das, was dir das Spiel noch übrig lässt. Wir lassen die Mechanik mal, da kommen wir gleich zu. Aber dieses Schienenkonzept führt auch zu einer Entmündigung, nämlich dass du in dem Schlimmsten der Szenarien 2 und 3 gar nichts entscheidest. Das Spiel läuft selbstständig ohne dein Zutun. Jetzt setze ich an dem Punkt noch einmal an, so als kleiner Nebenpunkt, bevor wir dann zu dem, was das Spiel einem übrig lässt, kommen. Wir haben Mission 2 und 3 angesprochen, 4 hat uns damals ein bisschen Spaß gemacht. Mission 5 ist aus unserer Perspektive, oder war aus unserer Perspektive, ziemlich unspielbar, weil wir bei der Hälfte der Zeit eigentlich schon fertig waren und nur noch die Zeit abgesessen haben. Das kommt dadurch, dass es halt einen sehr großen Random-Faktor damit einbaut. Und das ist was, was ich sage, darf in einem stringenten, geskripteten Spiel nicht passieren. Das heißt, das macht es sogar auf dem, wo er sagt, das will es sein, wir haben ja auch erwähnt, wer stringent es mag, da ist das okay, das will es sein, selbst da macht es den Fehler zu sagen, okay, ich tue nur ungefähr ein Drittel meiner Spielegruppe, so rein Wahrscheinlichkeitsrechnung eine gute Erfahrung, die anderen finden es zu leicht, der Rest findet es zu schwer. Nächster Punkt ist der, würde ich sagen, Belanglosigkeit, nämlich, das ist dem Kampagnen-System allgemein geschuldet, nämlich, dass du, also du musst das Szenario gewinnen, oder logischerweise, du verlierst es. Wenn du verlierst, kannst du Alternative Control machen, was bedeutet, du musst dir das nur merken, wie oft es benutzt, dann soll irgendwas passieren, aber du hast nicht das Gefühl, dass du dir etwas mal erarbeitet hast, sondern es gibt eigentlich nur dieses, okay, du musst es schaffen, oder, und jetzt kommst, du benutzt die Alternative Control, weil, und ich muss es leider mit einweben, der Wiederspielwert pro Szenario wirklich netto null ist. Es sei denn, so wie in Mission 5, du überspringst manche Effekte, weil du schon so weit bist im Szenario, dass da extra steht, dieses Event wird ignoriert, wenn du schon das und das geschafft hast. Aber wir haben ja diese eine Mission, weil wir sie erst nicht schafften, nochmal neu gespielt, und das macht null Spaß, weil du alles weißt, jedes Explorer-Event, jedes Station-Event, wenn du mal nicht gesucht hast, kannst du vielleicht noch bis zu drei, vier Search-Events noch mitnehmen. Aber das ist wirklich so, dass du alles nochmal erlebst, und das macht analog, es macht schon digital keinen Spaß, bei einem Videospiel, aber analog geht es null. Das ist nicht auszuhalten. Also Wiederspielwert in Kombination mit dem Kampagnen-Core-Set ist für mich und für Leute, die das nicht mögen, wirklich ein Killer-Argument. Ich habe da noch einen kleinen, wobei, da kommen wir jetzt schon langsam in die Richtung Mechanik, oder Core-Mechanik. Und zwar, was ich als nächstes sage, ist tatsächlich Spieler-Skalierung. Oh ja. Was das Spiel absolut aus meiner Sicht nicht kann, und ist mit unterschiedlichen Gruppengrößen umzugehen. Ich habe die Mechanik, die sie da einführen, für weniger Spieler, da wird es nämlich eigentlich schwerer, habe ich nicht verstanden. Wir hatten so ein bisschen überlegt, ob das an der Zeit liegt, aber jetzt sei mal dahingestellt, wir müssen da jetzt nicht in die Tiefe gehen. Du kannst nur sagen, was die Mechanik ist. Aber ab dem Zeitpunkt, wo wir auf virtuelle vier Spieler gewechselt haben, das hat jeder von uns zweigesteuert, ab da hat es uns Spaß gemacht. Und ab dem Zeitpunkt wird es entspannter. Und das liegt primär darum, dass bei weniger Spielern kriegen die Gegner, die spawnen, alle pauschalen ein Schild, der so designt ist, dass er auch mal eine Würfelprobe komplett ablockt. Und du dann praktisch, und jetzt kommen wir dann wirklich zu einem Problem, dass du nichts erreicht hast in deinem Zug, weil deine ganze Würfelprobe, die du machst, für einen Arsch war. Und da müssen wir jetzt dann langsam auch den Punkt, glaube ich, der Würfelproben aufmachen. Genau, ich mache es erst zur Spielzugvariation. Natürlich, also die Spielzugvariation ist für mich auch ein Problem. Natürlich kommen wir beide aus dem Background von Lost Hoop. Lost Hoop habe ich unglaublich viel gespielt. Und ich habe die Option, die ich in meinem Zug habe, würde ich sagen, Stand jetzt nach fünf Missionen, sind 90% Kampfbegegnung und mal einen Teil benutzen. Positionsspiel, okay, also in Mission 4 gab es auch mal ein Positionsspiel, dass du überlegst, wo ziehe ich hin. Aber die Aktion selber ist ja immer, du hast ja eine Movement, hast du immer frei und dann gibt es auch eine Aktion. Nach meinem Movement mache ich aber in der Regel immer eine Kampfaktion. Und das geht ein bisschen einher mit der Würfelprobe, die jetzt kommt. Aber während Lost Tomb die Artefakte hat, die du ausbuddeln kannst, dass du Seelensteine hast, die du ausgeben kannst. Aber du hast doch Station Systems und E-Tems. Richtig, genau. Aber die sind bisher... Da kommen wir zu einem nächsten Punkt. Da habe ich das Gefühl, das Spiel wird sehr rasch repetitiv, weil es sich sehr stark auf ein Kampfsystem konzentriert, was so dolle dann einfach nicht ist. Sondern es ist halt ein Würfelprobensystem, wie man es in der reinen Theorie von Arkham und so auch kennt. Aber du machst in diesen Spielen auch noch andere Sachen. Und in Lost Station machst du sehr viel das. Und jetzt kommen wir zu dem Problem der Würfelproben per se. Ja, das wäre jetzt... Eigentlich ist das mein Hauptpunkt. Aber wir haben den jetzt natürlich schon schön dramatisch auch aufgebaut. Die Würfelproben sind in diesem Spiel... Ich suche nach einem schönen Adjektiv. Langweilig, schwachsinnig machen keinen Sinn. Der Haupt... Also wir haben ja schon aufgebaut, dass es irgendwann deine Hauptaufgabe ist, es Würfelproben zu machen. Meistens im Sinne einer Kampfprobe. Nur leider ist das Problem, dass diese Würfelprobe absolut keinen Spaß macht, weil man a... wenig oder hauptsächlich... Man kann wenig Einfluss drauf nehmen, im Sinne, dass man sich davor vorbereiten kann, im Sinne von seinen Würfelpool irgendwie zusammenstellen. Klar, es gibt Skills und... Aber das ist alles keine große Einflussnahme. B, man kann im Nachhinein der Würfelprobe wenig daran verändern. Das liegt an der Audacity-Ressource, die einem wie jetzt so im Willen des Wahnsinns 2 einen potenziellen Erfolg mehr gibt. Und c, man hat aber dann trotzdem keine Alternative zu dieser Würfelprobe. Man hat keine sinnvolle Alternative. Man sagt, okay, vermutlich schaffe ich es nicht, vermutlich wird es zu schwer. Und gerade in Kombination mit den Schildern, was ich vorher gesagt habe, ist es ein ultrafrustiges Element. Weil man im Endeffekt... Dein Spielzug besteht aus Würfeln, oh, hat nichts gebracht, nichts ist dran. Und das ist so ein Problem. Es kann sich mit der Zeit verändern, wenn du mehr Skills und mehr Sachen bekommst, deine Charaktere mehr Tiefe bekommen. Aber das ist... Ich komme niemals auf ein Level wie eine Lost Tomb oder andere, wo die Würfelprobe mehr Spaß macht. Genau. Und warum die auch speziell im Kampf mehr Spaß haben beim Lost Tomb, da würde ich jetzt zukommen. Dazu zählt ja auch, das ist so, wie wir angefangen haben, du weißt aber eben auch leider nicht, wann diese Skills kommen und ob sie kommen. Das heißt, du musst das jetzt erst mal ertragen. Wer weiß, wie viele Missionen auch immer, bis du dann sagst, oh, guck mal, jetzt habe ich Skills mit Rerolls. Oder dass die Würfelproben erleichtert werden. Also das wäre ja per Design möglich, dass du Karten hast, wo das draufsteht. Keine Ahnung, dass eine Pistole zählt wie zwei oder so. Also das ist schon, rein in der Theorie ist das alles möglich, aber du weißt es nicht. Es sei denn, du würdest jetzt den Content spoilern, aber so ist das Spiel nicht gebaut. Das nächste, was für mich auch diese Kampf, die Proben beim Lost Tomb so viel besser macht als beim Lost Station, ist, dass es nicht nur die Audacity-Ressource ist, die verändert worden ist. Also nur noch mal Randnotiz, die es nicht kennen. Bei Lost Tomb war es so, dass du mit der Audacity-Ressource warst entweder eine Reroll-Ressource, okay, ich finde mein Ergebnis gerade kacke, ich will das nochmal machen. Oder du sagst, okay, ich habe vielleicht eh einen geringeren Pool, nur drei Würfel. Ich will die Chance erhöhen, dass ich treffe, also segne ich mich jetzt. Das waren noch nummerierte Würfel bei Lost Tomb, anders als jetzt die Symbolwürfel bei Lost Station. Dass du also diese Vorbereitungskomponente hast. Das ist der reine Würfelwurf. Und dann kommt aber noch dazu, dass auch die Mut-Ressource einen viel geringeren Einfluss hat. Die Mut-Ressource ist jetzt, dass du focused oder nicht focused bist. Mit sechs Mut oder mehr bist du focused, ansonsten bist du unfocused. Und auf deinen Skills steht drauf, was dir das bringt. Bisher stand fünf Missionen, ist der Würfelpool ein bisschen größer. Beim Lost Tomb ist das eine dynamische Ressource gewesen, die dir Skills raubt oder Skills bringt oder im schlimmsten Fall sogar dafür sorgt, dass du deine Sachen hinschmeißt und aus dem Grab abhaust. Also sie hat eine größere Verzahnung in deine Überlegung, greife ich das Monster an, greife ich es nicht an. Und das ist auch etwas, wo du merkst, diese Würfelprobe selber ist Stand nach fünf Missionen bei Lost Station weniger spannend und auch weniger wertig und hat auch weniger Risk and Reward drin. Die Mission sagt, du musst die eh weghauen, also zieh ich da rein, schmeiß fünf Würfel, ich treff gar nichts. Gut. Und mit den Shield Tokens wird das Ganze wirklich zum Quadrat beschissen. Also ich würde auch so weit gehen, zu zweit würde ich das nie wieder spielen, das Spiel mit zwei Carries. No Chance. Simuliert zu vier ist okay. Nächster Punkt, wo wir gerade auch so ein bisschen im Vergleich mit Lost Tomb sind, ist für mich eindeutig, dass die Exploration sehr abgeschwächt bis nicht existent ist. Man hat in sehr limitierten Teile, aus denen man auswählt und die spawnen können, zumindest in der Basiskampagne, da hat man eigentlich nach zwei Missionen fast schon alle gesehen. Ich finde, die Teile sind nicht so personalisiert, dass es mir da irgendwie Spaß macht, die zu erdenken oder dass sie mir eine Alternative in meinem Spielzug anbieten. Wir hatten jetzt einmal die Situation, wo wirklich ein Teil sinnvoll war, weil das zufällig an der richtigen Stelle nicht zur richtigen Zeit und wir dadurch ein bisschen die Monster lenken konnten. Das war dann auch zufällig in der Mission, die uns am meisten Spaß gemacht hat. Aber im Endeffekt hat das Spiel zum einen das Problem, dass es die Exploration oft nicht forciert, sondern... Nach fünf Missionen gesprochen? Genau. Ist ja immer nach fünf Missionen. Oft nicht forciert, sondern das Spiel selber macht die Story eine wichtige Exploration oder die Exploration halt einfach unwichtig ist, neue Teils aufzunehmen, weil du es nicht brauchst. Oder, ich ergänze das mal, oder weil die Teils wesentlich weniger spannend sind. Die offerieren dir auch keine neuen Optionen. Das habe ich ja schon gemeint. Die Teils sind sinnlos, die aufzudecken und meistens ist das dann halt ein durchgegrinde, wenn du explorieren musst von der Mission, ist das ein durchgegrinde bis zu dem Teil, das du halt für die Mission brauchst. Mission fünf. Mission fünf. Und jetzt kommen wir gleich auch noch zum Punkt, was das Board angeht. Nee, ich würde gerade noch was ganz anderes machen. Mit dem geht einher, dass es... Ja, wieder mit Lost Tomb Vergleich ist schon klar, aber Stand jetzt hat es eine wesentlich geringere Dynamik, auch an Absurditäten, die passieren können. Also auch, dass die Fallen, die es gibt zum Beispiel, wesentlich weniger spannend sind. Klar, es ist ein Kampagnen-Spiel, da kann ich auch nicht so riesen Ausreißer machen, aber bei Lost Tomb gibt es einen Fallenteil, wo du dann eine Probe machst. Wenn du die nicht schaffst, bist du tot. Das bedeutet, wenn Leute da mit einem Quest-Gegenstand reinlaufen, weil sie durch Zufall das jetzt exploren mussten, weil sie das ein Teil noch finden mussten, oder einen Szenarien-Trigger, Entschuldigung, so muss ich sagen, finden mussten, und die lassen auf einmal in diesen tödlichsten aller Räume, der sich immer triggert, mit unendlich vielen Fallensymbolen, also damals gab es noch eine Timer-Mechanik, den Fallen lassen, endet das so, dass der Nächste da reinziehen muss, der verkackt die Probe wieder, lässt wieder alle seine Items fallen. Auf einmal hast du da so ein Dungeon-Teil drin, wo auf einmal alle Quest-Gegenstände drin sind, und das sorgt auch für eine gehörige Portion Slapstick und emotionaler Aufregung, und die fehlt, also die emotionale Aufregung ist das Symptom, was ich spüre, ich bin nicht emotional so richtig engagiert in dem Spiel, und das liegt daran, dass es diese Ausreißer auch auf den Teils nicht so gibt. Das ist nicht so ein Achterbahn-Ding. Man muss jetzt, glaube ich, fairerweise dazu aber sagen, dass viele Leute genau diese Situation in den Lost Tomb absolut beschissen gefunden hätten. Das kann man so nicht sagen. Ja, nee, es gibt Leute da draußen, die exakt das sagen würden, boah, das geht ja gar nicht, dass das Spiel so was zulässt. Ja. Die müssen einfach stringentere spielen. Richtig, genau. Oder die zu Beginn einer Mission dreimal in die Höhle reinspringen und drei Charaktere verlieren im ersten Zug. Wie bei Lost Tomb. Super geil. Ich liebe es. Aber das ist halt, ne? Genau, das ist Geschmack. Das ist Geschmack. Ja. Also Ahnung ist das, aber... Du wolltest gerade herleiten, lass mal die Überleitung weg, weil ich weiß nicht, was in deinem Kopf los ist. Deswegen mach du mal nur deinen Punkt und sonst wirft mir was hin. Du sagtest, ja, das bringt uns gleich zum nächsten Punkt. aber das bringt uns eigentlich nicht direkt zum nächsten Punkt. Dieses ist, wie heißt das? Das System Board? Genau, das ist richtig. Das Station Board. Das Station Board. Das ist das Board, was praktisch der externe Trigger ist. Der triggert sich nach jedem Spielerzug und sagt dir, kommt entweder nichts, kommt ein Explorer Event. Das ist das Station Track. Ich dachte, du bist gerade bei dem, wo die Abilities drauf liegen. Nee, ich bin beim Station Track. Okay, also letztendlich der runden Event Trigger. Genau, und der sagt dir halt, kommt ein Explorer Event, ein Station Event, kommt eine Kampfphase oder kommt ein Szenario Event. Und so gut die Idee von dem ist, nimmt der, das ist halt eher, wir haben es jetzt sehr oft schon gesagt, deswegen, man verzeihe mir kurz die Redundanz, das nimmt dir viel an Einfluss, weil du nichts selber machen musst, sondern alles von dem eigentlich getrackt wird. Im Punkt der Exploration, gerade die Mission 2 und 3, am sinnvollsten war es, stehen zu bleiben und abzuwarten, bis der weiter, weiter macht. Es nimmt dir ein gehöriges Maß irgendwie an Einflussnahme auf den Spiel und den Spielverlauf. Und es ist halt auch sehr wenig dadurch randomized und ist so ein bisschen, was wir vorher schon gesagt haben, ein Widerspielbarkeitswert. Es ist jetzt eher so ein nachgereichter Punkt, weil der ist da für mich der Grund, warum der halt viele unserer Negativpunkte eigentlich direkt beeinflusst. Deswegen, das war jetzt ein bisschen Redundanz. Ein bisschen, ja. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, jetzt fange ich an stärker nachzudenken. Das sind so die Punkte, die mir zugeflogen sind. Jetzt überlege ich gerade, was mir noch nicht so gefällt. Doch, 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 doch. Ein Punkt ist, der ist nicht mega intensiv, aber ich finde auch, dass dadurch, dass das Spiel in der Basiskampagne so viele Monster auch gar nicht hat. Erstens finde ich, die Monster unterscheiden sich nicht so stark. Gut, das war jetzt auch nicht die Megastärke beim Lost Tomb, muss man jetzt fairerweise auch sagen. Aber du hattest bei Lost Tomb natürlich eine viel höhere Varianz an Monstern. Und hier habe ich, wie viele Monster sind es? Zwölf? Zehn? Oder nee, zwei sind glaube ich schon Boss. Acht sind es glaube ich zehn, zwei sind Boss. Also acht, die du dauerhaft. Genau, und das erschöpft sich eben schnell. Das hat auch einen ökonomischen Vorteil, dass ich nicht tausend Figuren aus der Box rausholen muss. Aber die Figuren, also ich brauche die jetzt eh nicht unbedingt. Aber beim Lost Tomb hast du eine viel höhere Varianz an Monstern, was ebenfalls, also Varianz ist ja dann eh ein bisschen das Problem, dass es sich sehr schnell repetitiv anfühlt und diese Monster verstärken das einfach auch nochmal. Sie oft gegen dasselbe einfach kämpfen. Bei mir wäre der nächste Punkt, das ist, muss man ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich ein bisschen unfair nach der fünften Partie. Aber so wie es ich im Moment erlebt habe, was Story angeht, ist es nichts, was mich bisher beim Spielen als Motivation hält. Das hat ja mehrere Arten, wie es die Story erzählt. Zum einen so die Gesamtstory über die Missionen hinweg. Dadurch, dass es sehr stringent ist, hätte man da die Möglichkeit, sehr aufeinander aufzubauen und sehr aufeinander wieder Bezug zu nehmen, weil es ja nirgendwo nach rechts und links weg geht. Die Möglichkeit nutzt es in meinen Augen bisher absolut nicht. Es springt ein bisschen in den Storyfetzen, dass es dir irgendwie vorwirft, ich habe da noch keinen roten Faden und das ist jetzt noch nicht so, dass es sagt, okay, ich weiß nach fünf, sechs Missionen, das ist so mein Ziel oder das ist so Story-technisch, wo wir hin steuern und das wäre so das, was ich erwarten würde. Ich brauche ja noch nicht die mega epische Story erlebt haben, dafür habe ich noch 80 Missionen, aber ich will zumindest angefixt sein. Und zweiter Punkt, auch Story. Hey! Was? Nix? Das zählt ja noch zum Story-Punkt. Du hast bei Lineares Konsens schon fünf Punkte reingeschmissen, die ich eigentlich auch machen wollte. Ich habe angefangen mit, es gibt ja bei der Story zwei Sachen und ich soll dir ja keine Überleitung mehr geben, deswegen mache ich es selber. Aber selber. Und der zweite Punkt ist, es gibt ja auch die Explorer-Stories, die haben jeder einen Background und je nachdem, ob sie einen Explorer-Event auf dem Event-Track, den vorher erwähnten, haben, tut sich ein Teil der Explorer-Story noch mal triggern und man liest so ein kleines Ausschnitt durch, das noch ein bisschen Background-Story gibt. Fand ich bisher bei, also Nakatomi ist natürlich am weitesten gekommen, da waren wir bei fünf, der hatte in jedem Ding eins. Die wurde auch am stärksten, also in einem Szenario auch besonders cool, leider eben auch dem vierten, das ist jetzt ein bisschen Spoiler, aber da passiert mit Nakatomi doch relativ viel und das ist ganz cool tatsächlich sogar. Aber da von den Events in den Büchleinen, das extra dafür da ist, hat mich bisher keins, auch keins so dran gehalten, ich sage, okay, cool, das hält mich jetzt daran, das sorgt jetzt dafür, dass ich noch drei, vier Missionen weiterspiele, weil ich will wissen, wie geht es mit der Hintergrund-Story weiter, wie geht es damit weiter und es ist halt auch sehr unfair verteilt teilweise, weil es kann sehr gut sein, man spielt es jetzt zu viert und dein Explorer hat halt über zehn Missionen kein Event, weil er nie dieses... Auf der Board, auf dem Track kommt. Auf dem Track kommt. Und wenn er auch noch richtig Pech hat, hat er halt auch über zehn Missionen noch keinen einzigen Skill bekommen, weil da erstmal andere dran sind. Ja, gut, das verteilen sie schon ein bisschen, aber trotzdem... Der Event-Track ist halt insofern dann doch random in Abhängigkeit von deinem Spielerzug. Das kann dir auf jeden Fall passieren. Ja, und dann ist es halt schwierig. Das nächste, weil wir es gar nicht separat aufgeschrieben haben, du merkst, ich kriege das mehr auf den Punkt hin, du musst immer so lange ausufern, ist natürlich als harter Punkt ist die schwankende Missionsqualität überhaupt. Das haben wir so separat gar nicht gesagt, wir haben uns nur einzelne rausgenommen, aber was ich damit meine ist, der Qualitätsunterschied ist so krass, dass wir von, das Spiel ist ganz gut, zu, das ist abgrundtief, beschissen Scheiße zu spielen, uns bewegen. Und das ist eine Mega-Range, es gibt, also Missionen, nur damit das nochmal klar ist, Missionen 2, 3 und 5 sind nicht, ja okay, kann man mal spielen, sondern die sind wirklich scheiße. Ja, 5 würde ich dir jetzt mal widersprechen, aber... Für unser Erlebnis, so wie es gemischt war, wenn ich das halbe Spiel überspringen muss und ich sage, gut Flo, lassen Sie einfach hier sitzen bleiben, wir lesen uns jetzt die Events im Buch noch vor, die jetzt noch kommen und das Spiel ist quasi vorbei. Das hat mit Design nichts mehr zu tun, auch mit Szenarienqualität nichts mehr zu tun. Ja, aber auch da könnte man als mündiger Spieler einfach sagen, gut, skip, weiter, wir haben es geschafft, fertig. Es ist ein riesen Designfehler, ja, definitiv. Ein Drittel haben, glaube ich, da eine gute Mission, aber ja, gut, wenn ich halt auch nur redundante Punkte sagen würde, wäre ich halt auch so schnell fertig. Ja, richtig, ganz immer. Würdest du denn sagen, es gibt noch Punkte, die jetzt hier wirklich maßgeblich fehlen? Ich habe das Gefühl, so die wichtigsten Dinge haben wir, glaube ich, weggegeben. Also wir haben die wichtigsten weggegeben. Sonst würde ich nämlich jetzt zum Fazit kommen. Ja, um welche Production-Value-Sache, aber ich glaube, dass Scheiße ausgestanzt ist, das Scheiße interessiert mich jetzt nicht. Nein, das ist der Fall. Aber es gibt, glaube ich, Leute, die darauf Wert legen würden. Ja, und das Figuren teilweise, wie hießen die denn? Ich habe sie gerade vergessen. Die Slayer. Wann ist die Slayer? Nee. Mit der Peitsche? Kann sein. Die Fallen waren es. Fallen oder Slayer. Fallen oder Slayer, eins und bein. So viel zum Thema Monsterprofil. Also es gibt Monster, die sind so designt von der Skulptur her, dass sie mit einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit zerbrochen sind, wenn sie bei dir sind oder aber zerbrechen, wenn du sie an der falschen Stelle anpackst und aus der Box rausholst. Aber das ist für mich jetzt nicht so entscheidend. Nee, aber es gibt ja Leute, die sagen, die machen auf, die sehen, okay, die ganzen Tokens sind halb ausgestanzt und zwar die Hälfte, die drauf sind sollte, ist also nicht zentriert ausgestanzt und ärgern sich darüber. Deswegen finde ich, der Vollständigkeit halber muss man das noch erwähnen. Für mich hat das Spiel andere Probleme. Ja, offensichtlich. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Punkt, nämlich dem Fazit. Kommen wir also zum Fazit. Ich mache jetzt mal die harten Zahlen zuerst. Uns ist dann doch, dank unserer kognitiven Anstrengung, sind uns vier positive Punkte eingefallen und ich habe sie noch nicht gezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn mit teilweise unter Punkten negativ. Das sagt über das Spiel schon ziemlich viel aus. Wenn, also am Ende des Tages muss man jetzt sagen, was machen die Punkte mit dir und wie gut findest du das Spiel und wie kaufenswert findest du es? Eine Sache, die ich schon mal platt sagen kann, wenn ich die Wahl hätte zwischen der Investition in Serious of the Lost Tomb oder Serious of the Lost Station, ist das zwischen den beiden Spielen. Ein Lost Station kommt mit Glück irgendwann mal vielleicht an die Qualität, ich merke schon, ich schränke den Satz schon wieder ein, an die Qualität eines Lost Tooms ran und das vielleicht kann ich nicht beantworten, dafür müsste ich jetzt alles durchlesen, wo ich sage, wenn du die Exploration magst und so, die Punkte, die wir eben schon genannt haben, dann kauf dir ein Lost Tomb und du hast das Stand jetzt definitiv besseres Spiel mit einer vor allen Dingen stabilen Spielerfahrung. Das ist schon mal zwischen den beiden Spielen für mich klar, ohne jetzt nochmal auf allen einzelnen Punkten rumzureiten, weil Lost Tomb in allen Punkten besser ist, in keinem schlechter, außer, dass Lost Tomb keinen Kampagnenmodus hat, den du aber auch nicht vermisst, weil die Progression so krass ist, dass es dir egal ist. So, das ist nur mal der Vergleich zwischen den beiden. So, und du willst ja gar nicht unbedingt den Vergleich mit Lost Tomb. Die Frage ist ja, wem würdest du das Spiel jetzt überhaupt empfehlen? Könntest du es empfehlen? Empfehlen kann ich es nicht. Nee, das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Mir fallen schwer Leute ein, für die das Spiel was wäre. Äh, ich finde, selbst wenn wir das zugrunde legen, dass das irgendwann ein Lost Tomb wird, Mission 20, 30, oder jetzt mal auch losgelöst von Lost Tomb, das ist all die negativen Punkte, und das muss man fairerweise sagen, das kann ich antizipieren, ein Großteil der Negativpunkte, die wir jetzt nach Stand Mission 5 haben, könnten mit der Zeit wegfallen. Solche Sachen wie die langweilige Würfelmechanik, ja, auch da kann ein bisschen mehr dazukommen mit Skills. Also es könnte schon sich zu einem Spiel entwickeln, was wirklich auch sehr gut wird. Potenziell sehr große Einschränkungen, weiß ich nicht. Und bis jetzt hat mir die Spielerfahrung, die ich bis jetzt gesammelt habe, so wenig Spaß gemacht, dass ich nicht bereit bin, die Arbeit oder noch mehr schlechte Spielerfahrung und im Endeffekt Lebenszeit zu investieren, um eventuell potenziell an den Punkt zu kommen, wo ich dann mal Spaß habe. Da spiele ich lieber Spiele, wo ich jetzt weiß, ich habe jetzt Spaß. Man muss akzeptieren, dass man dem Spiel ein bisschen Unrecht tun wird, weil man nicht alles sieht. Aber auf der anderen Seite, das Spiel hat jetzt wirklich in 5 Missionen versagt, mich in irgendeiner Weise anzufixen und zu zeigen, hey, darauf arbeitest du hin und mir irgendwie eine Motivation zu geben. Und deswegen, mir ist es da die Arbeit nicht wert, zu investieren und zu hoffen im Endeffekt, dass ich irgendwann mal ein gutes Spiel kriege. Und das, was mich stand jetzt eben, weil wir die Bilanzierung noch nicht haben, aber das, was ich am schlimmsten an dem Spiel insgesamt finde, ist, dass ich meinen Spielzug super redundant finde, dass ich durch diese aufs Schienen gesetzt Gefühl auch das Gefühl habe, ich als Spieler bin dem Spiel auch egal und das signalisiert es mir auch immer mal wieder, ganz besonders stark. und in Kombination mit der Kampagnenstruktur, dass ich sage, okay, also wenn ich mal, also das kannst du ja bei dem Spiel gar nicht sagen, wenn ich mal schlecht spielen würde und deswegen verliere, das gibt es ja gar nicht, weil es läuft dann zufällig mal so, dass du es nicht packst und dann muss ich einfach automatisch eine Mission skippen, also dieses Alternative Reality Control nehmen, weil ich es nicht aushalten würde, das Spiel noch mal zu spielen, sorgt dafür, dass die Frustration bei dem Spiel bei mir als Spieler so hoch ist, dass ich, und so hast du es mir ja gut auf den Punkt gebracht, ich spiele das Spiel eigentlich jetzt nur aus dem Grund, um selbst jetzt so ein Video machen zu können und zwar so valide wie möglich, dass ich sage, warum brauchst du das Spiel eigentlich nicht? Dass alle letzten Zweifel weg sind und das ist eigentlich die schlechteste Spielmotivation, die überhaupt möglich ist. Und wenn wir uns jetzt in dem Fahrwasser bewegen, was wir alles gespielt haben, wir hatten den Deckmilder, den Cthulhu Deckmilder gespielt, das Death May Die gespielt, Dolce gespielt, Streetmasters gespielt, wann soll mal der Abend kommen, außer man ist jetzt so selbstgeißelnd wie wir, dass wir sagen, boah nee, also die fünf Spiele spielst du mal besser alle nicht, lass uns heute mal Sloth Station spielen, weil das Sloth Tump ist gerade aus dem Schrank gefallen. Wann sollst du das spielen? Das ist für mich genau der Kernpunkt. Und zwar auch losgelöst, man kann alles wegstreichen, was wir jetzt so an negativen Punkten gesagt haben, weil man wird Leute, die vielleicht jetzt 50 Missionen da gespielt haben, können bei jedem Punkt werden die sagen, ja aber, ab Mission 23, da kriegt doch der und der den Skin und das ändert alles. Ja, kann sein. Definitiv, und das möchte ich definitiv nicht in Abschritte stellen, dass das ab Mission 20, 30 ein Brecher wird und vielleicht sogar auf der Qualität von dem Lost Tomb landet. Glaube ich nicht. Aber das Potenzial ist da, dass es das macht. Und wenn er da gut designt hat, kann das auch passieren. Bottom line, mir ist es nicht wert, bis zur Mission 20 zu spielen, um dann nur ein stabiles, ich will es von dem Lost Tomb einfach mal ein bisschen losen, ein stabiles Game zu kriegen, was recht gut ist, wo ich dann aber auch sage, okay, das macht nichts überdurchschnittlich gut, da fehlt die Anlage für mich, das sehe ich, und das hat kein so, ich sage jetzt mal, unique selling point, wo ich sage, okay, da ist es so rausragend, dafür lohnt es sich jetzt wirklich mal 20 Missionen zu leiden, vielleicht die Hälfte davon zu leiden, 10 Missionen zu leiden und ab dann habe ich ein cooles Spiel. Und sorry, das ist vielleicht auch ein bisschen vermessen nach 5 Missionen, so ist es zu sagen, aber irgendwo muss man den Cut-Off brechen, weil auch ab Mission 80 kannst du sagen, vielleicht kommt mir Mission 81 noch was Geiles. Und das ist für mich keine Spielmotivation, das mich motiviert, zu hoffen, dass ich eventuell was Geiles bekomme. Wer das gerne mag, wem das reicht, kann das gerne spielen. Und kann mir dann bitte sagen, ob es wirklich noch so geil wird, weil das würde mich ja wirklich interessieren. Das würde mich auch interessieren, aber dazu kommt eben genau dieser Punkt, dieser schwankenden Qualität dieser 4, wenn wir das Tutorial mal wegschmeißen, weil du da gar nichts frei entscheiden lässt, das ist wie Tainted Grail übrigens, nur dass man bei Tainted Grail ja absichtlich gesagt hat, spiel das mal solo vorher. Lost Station hat das nicht gesagt, spiel das Tutorial mit allen drei Leuten, Reaktion des einen Mitspielers nach drei Minuten, der hat sich zurücklehnt in seinem Schuh und wirklich absichtlich Schnarchgeräusche gemacht, weil das brauchst du nicht zu machen. Liebe Designer da draußen, hört bitte auf, ein völlig durchgeskriptetes Spiel und Tutorial zu machen, wo dir jemand sagt, jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt, mal zu exploren. Explore doch bitte mal das nächste Teil, Randnotiz, was im Setup vorbereitet war, was oben liegen soll, um das mal an das Dungeon-Teil anzulegen. Wer soll das spielen? Das funktioniert digital, aber analog null. So, aber schmeißen wir das Tutorial jetzt. Jetzt fällt mir natürlich auch noch ein super geiler Negativpunkt ein, den wir vergessen haben. Genau, kannst du noch einarbeiten. Aber diese vier Missionen, Mission 2, 3, 4 und 5, ist Mission 2 und 3 richtig scheiße, 4, okay bis gut, und 5, je nach Dungeon-Teil, wie es gemischt war, katastrophal oder okay. Ja, wobei, das kann schon auch mega geil sein. möchte ich nicht in Abschäde stellen, dass du da ein Äquivalent zu Mission 4, aber es geht ja auch nicht. Darum geht es ja nicht. Die Anlage, egal ob 3, 4, in welchen Missionen, die Anlage bleibt dieselbe und das Spielgefühl bis dahin. Was ich nur sagen will ist, es ist auch ein Leidensweg, den du sagst, der jetzt wirklich in die Extreme auch ausschlägt und das verstärkt das Ganze. Bin ich bereit, Missionen zu haben? Und das war meine erste Reaktion auf Board Game Geek. Da habe ich nach Mission 2 und 3 gesagt, das ist eine 2, das ist ein Spiel, das spiele ich nie wieder, weil das mich so entwertet als Spieler, was ich entscheiden darf und was nicht, wo ich sage, warum soll ich das spielen? Da lese ich das Buch und das ist schon nicht spannend in diesen ersten 2 Missionen. Also bei Mission 2 und 3. Bei 4 kommt es ja ein bisschen, aber bei 5 ist auf einmal auch der Plot dann wieder weg. Dann kommen wir auch wieder auf eine inhaltliche Ebene. Und diese Leidensgeschichte ist wirklich ein großer Preis in einem Markt, der voll ist von Spielen und mit, wie du schon sagtest, auch wenn wir es davon loslösen wollen, mit einem Konkurrenten, wo ich sage, spiel doch lieber den, da hast du sofort das volle Paket und nicht ein vielleicht in 30 Abenden. Vielleicht mögen das manche Leute lieber. Aber wie gesagt, ich kann nur für mich in dem Fall sprechen, weil... Schön, dass du es immer relativierst. Ja, aber das Spiel ist ja auch wirklich so fies, in Anführungsstrichen, dahingehend fies aufgebaut. Das gibt dir halt nicht alles und du wirst immer so dieses, und das macht mich ja echt sauer, dass das Spiel immer noch sagt, spiel mich, weil vielleicht werde ich noch gut. Bei Mission 91 sagst du, boah, es hat sich voll gelohnt. Im Endeffekt muss man ehrlicherweise so auf einer persönlichen Ebene sagen, wir sehen uns ein- bis zweimal im Jahr für ein Wochenende und dieses Spiel hat uns immer mal wieder so gesagt, vielleicht wäre ich noch gut, dass wir gesagt haben, okay, wir haben Vollständigkeitshalter, aber dass wir jetzt hier für 20 Minuten was reden können, müssen wir spielen und er hat Lebenszeit gefressen, für mich. Ja. Und genau das ist auch der Punkt, warum man das Spiel jetzt noch so lange spielt. Das eine ist, weil es so ein Indie-Spiel ist, will man dem nicht zu sehr schaden auf dem Markt mit einer 2 auf Board Gang Geek zum Beispiel, wo du bei einem größeren Studio, das hat ja nur knapp 700 Wecker gehabt, also es ist ja wirklich mehr als Indie, geht es ja gar nicht. Wenn das eine... Das muss man jetzt auch fairerweise kritisch uns gegenüber sagen. Wenn das ein Mainstream-Spiel gewesen wäre, von FFG oder Co., dann schmeiße ich das nach Mission 2 und 3 auf den Sondermüll, aber ehrlich jetzt. Und eigentlich hätte ich mir fast gewünscht, und das ist ja schon abstrus, dass Mission 4 mir auch voll in die Fresse getreten hätte, dass ich auch sage, das Spiel braucht keine Sau. Und das ist so ein ambivalentes Spielerlebnis, dass ich sage, das ist wirklich mit Vorsicht zu genießen, auch in Anbetracht des Preises, dass es da draußen zu bezahlen ist, also nachträglich gebackt mit Minis, 500 Dollar, rote Zone, betritt sie nicht. Und 250 Dollar ist auch ein Wort zum Sonntag. Also du musst schon wissen, worauf du dich hier einlässt, und du musst wissen, ob das für dich das Risiko wert ist, eine sehr ambivalente Spielerfahrung in alle Extreme in Kauf zu nehmen. Und ich finde das, das ist ein gutes Wort, das Spiel ist auf diese Art und Weise eine Zumutung. Und ich finde halt auch, der Markt ist zu stark, als dass es für eine eventuell okaye Spielererfahrung da Platz gibt. Also muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, es trifft auch ein bisschen die Szenen, weil es ist ja wirklich im Herzen ein Indie-Spiel. Man kann sich auch mal vergreifen, es gibt ja, wenn man so die ersten Meinungen da draußen anschaut, Leute, denen macht das mega Spaß. Ich kann es nicht verstehen, aber schön freut mich dafür. Können sie gerne machen, aber ja. Übrigens noch so der kleine Nachklapppunkt. Welcher Negativpunkt? Welcher Negativpunkt. Ich habe ihn jetzt vergessen, vorher zu erwähnen, aber ansonsten nagt das jetzt die ganze Heimfahrt an mir. Du hast ja gemeint, das heißt Streamline und Tutorial. Es ist schon faszinierend, ein Tutorial, das so zu streamlinen und einen Spieleinstieg trotzdem so holprig zu gestalten, dass du die ganze Zeit da an irgendwas nachlesen willst. Das, was auch übrigens geschuldet ist, das reichen wir auch noch nach, selbst wenn diese Kritikpunkte nicht wären, ist das typische Everything-Epic-Problem, dass da Fehler drin sind. Fehler, dass Szenarienträger fehlen, dass das Setup falsch beschrieben ist. Manche Teile sind gar nicht im Stapel drin, die sind separat oder andersrum. Und das haben sie bei Metal Dawn schon bewiesen, wo jede zweite Karte falsch geschrieben war. Aber das können sie nicht und das ist bei so einer Art Spiel nochmal doppelt übel. Also nicht nur, dass die reine Spielerfahrung, wenn du alles so spielst, wie das Setup gebaut ist, richtig machst und dann eine ambivalente Erfahrung hast. Nee, dann machst du auf einmal, ich wusste das ja schon, weil ich auf Board Game Geek alles gelesen hatte, dass bestimmte Missionen Fehler haben. Guck mal nicht auf Board Game Geek, spiel das mal. Ende der Mission, äh, ganz kurz, Details konnten wir gar nicht erkunden, wir sollten die vorher reinmischen. Ach, dann sagt Jim Sammartino, nee, sorry, diese beiden Dungeon-Teils, die solltest du doch unter die ersten 15 mischen. Ups, Mission war nicht beendbar. Spiel sie doch nochmal, weil die Trigger so spannend sind, ein zweites Mal zu lesen. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, also das muss man, das ist auch kein kleiner Kritikpunkt. Es kann immer mal passieren, aber es ist kein kleiner Kritikpunkt. Wie bei so einem Spiel, was so gerade ausgeht, noch, ist noch viel schlimmer. Aber ich glaube, das muss man alles so, ja, kann man auch ein bisschen dann mit Indie beiseite schieben, es gibt Board Game Geek, es gibt Ding, es ist ärgerlich und das kann man nicht relativieren. So Design-Schnitzer auch wie Mission 5 dürfen eigentlich nicht passieren. Nee, genau, und pass auf, wenn ich mein Spiel play teste. Wir hatten in diesen, wir nennen sie jetzt wieder die vier Hauptmissionen, hatten wir in zwei Missionen Fehler drin. Ja. Das kann nicht sein. 50 Prozent. 50 Prozent Fehler, also Game-Breaking-Fehler, dass wenn du die nicht vorher auf Board Game Geek gelesen hast, dann ist das nicht zu spielen. Ja. Was soll ich sagen? Also, ich bleibe bei meinem Eröffnungssatz, ich kann mir nicht vorstellen, für wen das großartig was ist. Es fällt mir sehr schwer, positive Sachen zu sagen. Man hat gemerkt, ich habe versucht, ein bisschen zu relativieren, weil ich auch dem Spiel Rechnung tragen will, dass es sich entwickelt und ich hätte es einfach keine 50 Missionen, aber der Haupt-Break-Even-Point für mich ist definitiv, ich bin nicht bereit, da noch eine Minute länger für eine Eventualität zu investieren. Und das ist so Punkt aus. Und das ist nur, weil sich Fans das immer wünschen, eine kurze Einordnung, das geht wirklich ganz schnell. Wenn Leute auf Exploration und Encounter stehen, gibt es alle Spiele, die auf diesem Kanal schon aufgetaucht sind. Von Lost Tomb über Fortune and Glory über Arkham, zahlreiche bessere Alternativen. Wenn es um Kampagnen-Spiele geht, gibt es, selbst mit solchen ambivalenten Erfahrungen wie im Sword and Sorcery, in einem Darklight Memento Mori, die wesentlich bessere Erfahrungen. Wenn es um Kooperative, hey, lass uns zusammen absprechen, Spiele geht, da ist Lost Station eh das falsche Spiel. Nimm Death May Die, nimm den Galaxy Defenders, Street Masters, es gibt so viel, was du stattdessen spielen kannst. Und so weh es mir tut, eine Firma, die ich wirklich liebe für ihr Lost Tomb, muss ich wirklich sagen, unter den Strich sage ich, lass die Finger davon, so leid es mir auch tut. Das ist zu ambivalent, das Risiko ist zu hoch. Spiel etwas anderes. Und wenn ihr trotzdem super heiß drauf seid, schaut es euch vorher ein-, zweimal irgendwo an, wenn es euch packt, weil der Investment ist sehr hoch, den man da treffen muss. Ja. Also blind kaufen würde ich es auf keinen Fall, nur weil irgendjemand, und wenn irgendjemand euch, es wird jeder eine andere Spielerfahrung da ein bisschen auch gemacht haben, weil jeder es anders wertet, aber ja, ich habe alles gesagt, was es zu sagen gibt und ich hoffe, das war jetzt das letzte Mal, dass das Spiel mehr Lebenszeit Investment abfordert. Genau, ich werde wahrscheinlich in diesen Geißelweg trotzdem nochmal reingehen, auch wenn man jetzt diese Aufnahme hört, weil es mir doch so sehr in der Seele wehtut, nicht umsonst habe ich das seit Jahren auf meiner Top-Liste gehabt, der Vorfreude-Liste, und es tut richtig weh, dieses Spiel in der Form zu haben, weil viel ist einfach da falsch, da ist wirklich viel schief gegangen für meine Spielerfahrung. Insofern, guckt, was ihr aus dem Video daraus macht, ich glaube, das ist die treffendste Analyse, die machbar war, deswegen mache ich, glaube ich, gar kein eigenes Video mehr, und insofern würde ich sagen, Hashtag Reingau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020